Heute haben wir es mit dem Tiefdruckgebiet namens Hans zu tun, was sich gestern schon auf den Weg gemacht hat. Der Süden hat das auch schon gemerkt, wie es im Laufe des Tages immer dunkler und immer nasser wurde. Das Tiefdruckgebiet kommt von Norditalien und liegt dann heute hier über dem Osten Deutschlands bzw. dem Westen Polens. Und das wirbelt fleißig Regenwolken um sich herum. Wir sehen das hier, diesen Wolkenwirbel. Da wird es beispielsweise auch hier noch nach Ungarn richtig heftige Unwetter geben können. Und eventuell gibt es von diesen Gewittern auch mal bei uns im Osten einen kleinen Streifschuss. Meistens wird es Regen bleiben, aber das Ganze ist wirklich sehr intensiv. Da kommt einiges runter und das merkt ihr ja sicherlich auch schon jetzt, wenn ihr im Osten lebt. Und das wird am Vormittag hier weiterhin so bleiben. In der Nähe des Tiefdruckzentrums, da kann es ein paar Auflockerungen zwischendurch geben. Das sehen wir hier in Richtung Lausitz, dass das da mal kurzzeitig ein bisschen Sonnenschein geben kann. Dann zieht es aber auch ganz schnell wieder zu mit Schauern, eventuell sogar Gewittern. Ein bisschen trockener auch in Richtung Niederbayern und deutlich trockener im Nordwesten, Westen und Südwesten. Hier gibt es ein paar Nebelfelder. Wenn die sich auflösen, dann hat die Sonne durchaus realistische Chancen, auch mal länger scheinen zu können. Und das gilt dann auch für den Nachmittag, besonders hier für NRW. Es können sich so ein paar Schauer noch mal bilden. Süd, Hessen, Baden-Württemberg, Ost-Württemberg. Und eventuell schafft es die Sonne dann auch schon bis nach München, spätestens am Abend. Da wird es dann auch mal wieder ein bisschen heller. Aber Sie sehen schon hier, das Ganze rutscht dafür dann weiter in Richtung Ostsee, Nordsee teilweise auch betroffen. Besonders dann schließlich Holstein und auch dann diese eingelagerten Gewitter, die möglich sind. Die Sonne hat es ganz schwer im Osten. Ich habe es schon gesagt, im Westen bis zu fünf Stunden, das ist gar nicht so wenig. Und die Temperaturen gehen dann hier auch bis auf 18, 19 Grad hoch. Das gelingt mit Sonnenschein sonst nur im äußersten Osten unter dem Regen 11 bis 15 Grad.